Wo schießt ihr denn hier hin mit eurem Maschinengewehr, sag mal? Schießt ihr 20 Kilometer daneben? Dass sie nicht gegenseitig abschießen, wundert mich. Ah, ein Artefakt, ein Artefakt zum Wasserforschen, komm! Man sieht übrigens, ob es die... Nein, Moment. Der Zaun? Nein. Die Gebäude werden dunkler, wenn sie Energie verlieren. Und fangen natürlich wieder an zu dampfen. Und explodiert auch sehr schön. Ah, scheiße. In Wunderbarn übertriebenen Explosionen. Und, ja. Oh, wir haben was zur Forschung. Was haben wir denn da? Gehärtete Maschinengewehrprojektile nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und... Ihr seid jetzt zwei. So was baue ich noch. Da auch noch weg. Gut, dann fährt zwei jetzt mal da rauf. Da ist noch eine Ölquelle. Sobald man Ölbohrtürme zerstört, fängt das mal an, die Ölquelle zu brennen. Und wir dürfen erstmal warten, bis sie gelöscht sind. Vorher kann man da selber keinen neuen drauf bauen. Ich greife jetzt mit denen weiter an. Oh nein. Oh, geil. Ich stelle fest, die Fabrik habe ich richtig geil gesetzt. Super. Oh, okay. Wie kann ich auch mal abreißen oder was? Oh. Geil. Richtig geil. So, wir haben jetzt noch einen zweiten Ölbohrtürm. Und schauen dann mal, was wir mit der Fabrik machen. Wie machen wir das jetzt? äh, wo setz ich die jetzt wieder hin? muss ich sie erst wieder abreißen, ach komm fährt mir jetzt wieder gerne ja, ja naja, reißen wir sie ab, steht ja scheiße steht ja echt total scheiße ah geil, wir haben richtig viel Energie wieder gekriegt richtig viel, oder Öl, oder nein, Moment, ist es Energie, oder? ja, Energie, Energie heißt das Zeug muss reichen dann bauen wir die Fabrik dahin Grundlagenforschung, ah ja ja, und es gibt dann teils mehrere Ausführungen oder weiterführende Technologien, sobald man eine hat die kann man natürlich erst davor schon, wenn die vorangegangene hat wie überraschend und das ist Munition Panzerbrechende Treib, Spiegel, Projektile für Maschinengewehre jawohl, braucht man, klingt gut Panzerbrechend klingt immer gut und dann bauen wir noch einen mehr und, nein scheiße, äh, ja man kann übrigens pro Forschungszentrum immer nur eine Technologie Gleitserie erforschen das heißt, wir müssen da deswegen deswegen habe ich auch mehrere gebaut, wenn ich mal mehrere Technologien erforschen kann was ich momentan ich kann oh, ihr lasst euch da jetzt nicht wirklich kaputt schießen von dem Ding, oder? doch, ja wahrscheinlich schon ah KI ja, die KI ist leider schon schlimm so, jetzt reduzieren wir wieder auf Normalgeschwindigkeit wir wollen ja jetzt die Hackfleisch uns das machen, wenn wir immer angreifen also nicht leicht zumindest, oh ja, ganz viele äh Sätze des Cybox also ich kann auf jeden Fall später Cybox bauen und ja, gleich sind sie tot boah, hat eigentlich viel Schaden aus war das beim letzten Mal schon so, ja, ne? naja wir haben ja noch 17 Einheiten genug zu verheizen haben wir alles schön explodiert, ah, herrlich komm, zerstören wir die Dämpfer na, also, nein verdammt, scheiße das wollte ich doch das HA den Punkt legen wir jetzt erstmal da hin und ja, 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 ich fahre da rauf, komm, fahre da rauf oh ja das ist alles schon wieder so kaputt was das wieder kostet, das zu reparieren äh, ich kann sie doch nicht reparieren, das kann man erst später äh, das ist zum kurzen erst ein bisschen scheiße, man kann doch gar nichts machen und holen wir uns erstmal das Ölfass da unten ah ja, es gibt Ölfässer also, solche Dinger die stehen da hin und wieder auf der Map-Room und kann man aufsammeln, dann kriegt man 100 Energie ja, 100 waren's ganz nützlich, sollte man machen komm, warte mal wie ich schneller da und die dritte ne Moment, Moment ich will sie so haben so will ich sie haben die Karre, ja ob, fangt mal an, jawoll noch nen Ölfass das wär dann Nummer 3 ah nein geht ihr weg wo kommt ihr denn jetzt her wo kommt die her beschiss was soll denn der Mist jetzt spinnt wohl ein wenig, ja wo ich schön ein Bohrtum kaputt mache ja was wollte ich jetzt sagen ich wollte mir irgendwas mit dem Bohrtum sagen was was wollte ich jetzt mit bohren bohren in der Nase bohren ah ja ja genau, genau am Kraftwerk jedes Kraftwerk kann 4 Bohrtum versorgen erkennt man dann auch an diesen sich im Uhrzeigersinn drehenden blauen Wirbeln wieviel man hat also ja man kanns unternachseinander halten wenn man genau hinschaut sieht man da 3 von maximal 4 oh das dauert immer noch so lange eigentlich und oh wir können den Flammenwerfer erforschen Lammelnwerfer ziemlich beschissen am Anfang die Waffe finde ich aber egal Grundlagenforschung abgeschlossen und ihr könnt noch was erforschen was kann man noch erforschen ah ja Version 2 also von manchen Waffen oder Technologieinhalt gibt es mehrere was soll ich sagen Versionen und ich höre die Version natürlich dass du leistungsfähiger sind sie irgendwo logisch und das sollte mal so wobei ich prinzipiell sowieso versuchen werde möglichst viel zu erforschen also ich lasse dann vielleicht noch ein Gebäude oder so vom Verein stehen da ich noch alles erforschen kann denn in späteren in späteren